Ist mein Kind lebhaft oder schon hyperaktiv? Frage, unsere 20 Monate alte Tochter war 6 Monate lang ein sogenanntes Schreibaby. Heute ist sie äußerst lebhaft, stets quengelig und unzufrieden. Können das Anzeichen für ein Hyperaktivitätssyndrom sein? Ab welchem Alter lässt sich dieses diagnostizieren? Antwort, mit dem Begriff des Hyperaktivitätssyndroms wird im Allgemeinen eine Störung des Sozialverhaltens beschrieben, die sich durch mangelnde Fähigkeit zu Konzentration und Ausdauer und durch zappeliges Verhalten bemerkbar macht. Buben sind bevorzugt davon betroffen, die Ursachen sind noch nicht ausreichend geklärt, eine erbliche Veranlagung ist möglich. Sogenannte Schreibabys sind davon nicht häufiger betroffen als andere Kinder. Ein Hyperaktivitätssyndrom macht sich aber nie vor dem vierten Lebensjahr bemerkbar und gilt eigentlich als eine typische Störung des Schulalters. Die Kinder können nichts zu Ende bringen und neigen dazu, ständig von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln. Sie sind oft achtlos und impulsiv und halten sich nicht an allgemeingültige Regeln. In ihrer Beziehung zu Erwachsenen sind sie eher distanzlos, oft haben sie auch wenig Kontakt zu anderen Kindern oder sind in Gruppen unbeliebt. Wegen des Verhaltens ihrer Tochter sollten sie sich also diesbezüglich keine Sorgen machen. Wenn sie Unterstützung beim Umgang mit ihrem Kind in Anspruch nehmen wollen, können sie sich an einen Kinderpsychologen oder an eine Familienberatungsstelle wenden.